So, meine Gang... Wohin? Machen wir mal... Beiträgen AfD sind zum Sprech kaputt Wohin? Weiß nicht, ist mir egal Das ist weil man dann jetzt Also wenn ihr kurz ganz kurz zum Rebellen ausfasst Ich brauche nur eine Sache Muss ich jetzt markieren Ich schaue mir mal kurz, was sie sehen Ach, Dumme? Dumme? Was meint der Ram jetzt eigentlich von wegen als ihr darüber geredet habt, von wegen dass er jetzt so auf letzte Bahnung ist und so? Also... Ja, mach keine Ahnung Da haben sich die anderen Kops noch nicht schwer gestellt Ja, warum? Er baut doch viel Scheiß ins Auto Ja... Weiß ich nicht... Da meinte... Irgendjemand meinte dann... Ich glaube, zehn Kops oder so... Ja, eh nicht... Erstens eh nicht... Zweitens... Ist das... Machen wir gerade das beschissene Fall, was sie jetzt in letzter Zeit an den Tag wegen... Ich habe sogar ein Video gesagt... Cancel... Ja und dann... Begleichung muss nur auf... Lefries oder wie sieht das aus? Da fiegen wir eine Beine Ne... Black... Lefries... Ne, ich schlieg dann zur Rennstrecke, dann müsste der... Der Dinger stecken... Jawohl... Ja, weil... Ja, weil... Achso... Ja, aber noch eine halbe Stunde... Ich kann ja nochmal eben dann zur Salzmine fliegen... Das ist Feuer noch... Das fliegt doch schon mal... Das fliegt doch schon mal... Das fliegt doch schon mal zum Salz wieder oder so... Da können wir da noch irgendwen abfahren... Er braucht noch eine Waffe hat... Deswegen... Ja, ja... Aber ihr könnt ja schon mal hinfliegen... Ich gehe dann schon mal da hin... Was machen wir? Salz... Was Salz... Warmen? Nein! Was Salz warm? Nein! Na waaat? Wir fahren doch nicht... Wir fahren doch nicht... Wir laufen doch nicht... Lassen fahren! Ja... War es klar... Ja... Ne, ne... Wir... Wir... Wir rauben einfach alle aus... Die da... Fahren... Also das sickert aus... Sein Spaß wieder... Ja... 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 Hatte schon mal geguckt... Ähm... Wie nämlich es leider aussieht... Ja... Also ich hab mal ein Bild gesehen... Wie viele Bilder soll ich mir denn noch von der an gucken? Das erste hat gereicht... Dann sah ich scheiße aus... Und zwar ändern sie auch scheiße aus... Und dann sah sie auch scheiße aus... Was hatten die... Was hatten die für'n... Schlauch... Webel... Als... Ich kann mal gucken... Ähm... Typische... Blonde... Ischum... Sie halten mir eigentlich... Im Hedo-Luschen... Soll ich mir abseien? Hahahaha... Ich würde... Mach! Es ist... Okay... Ich sterbe... Ich sterbe... Ich sterbe... Ich sterbe... Boah... Das ist doch ein 20 Meter... Ich lande aber trotzdem... 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 Ey... Flieg doch schon mal zu zweis... Das ist mal hier... Ach... Ich dachte Hellfire ist bei mir drin oder... Ne... Achso... Achso... Ich weiß gar nicht ob ich hier landen kann... Das ist mega schräg... Wer ist denn bei mir jetzt drin... Bei mir ist gar... Achso... Achso... Das stimmt... Wir sind ja gar nicht gelandet... Hellfire... Geh mal auf... Von dort... Nein... Von dort... Kannst du reinsteigen... Ding ist offen hier, ne? Ich bin so hammerhart bei mir... Hallo? Ja... Ah... Da wurde ich umgekloppt... Geht gar nicht... Ich war gar nicht angekommen... Jajaja... Hat doch ja auch noch ein bisschen... Jetzt... Ey... Alter... Komm... Noch perfekter kann ich... Ich komm nicht rein... Ohne Witz... Ich druck drauf... Ich komm nicht rein... Wer fliegt jetzt... Wir damit? Ja... Ich... Ah... Jetzt... Ne... Ohne Schiss... Jetzt... 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 Und... Irgendwie... Ja... Ist offen... Ja... 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 Je... FROM... Passager... Und so... Troel... Ja... Keine Ahnung... Lande mal ein bisschen... Lande mal ein bisschen... Waren... War grade ein bisschen... Ich guck' ich mal raus kurz. Jetzt komm ich auch nicht mehr rein. Jetzt komm ich auch nicht mehr rein. Jetzt komm ich rein. Jetzt komm ich auch rein. Das ist ein Turm, der desinkt einfach mal. Komm mal rein, Dumme. Nein, das stimmt, du kommst auch nicht rein. Kommt er nicht mehr rein, oder? Doch. Lol, Dumme ist verpackt. Ich glaube, du bist verpackt. Ja, weiß ich. Hast du den Trauer? Ja. Mensch, ist sie dumm. Was meinen sie denn? Ach so, ich muss sie schon sagen. Sie schreibt, hey du Lusche, hey du Fotze. Sie schreibt, wie alt bist du? Schreibe ich ja drei Jahre älter wie du. Woher weißt du, wie alt ich bin? Ja, ich weiß alles. Woher? Ja, ich kann gedacht. Nee, sag mal. Ja, okay, okay. Ich bin Hellseer. Sag. Ja, ich bin dein Vater. Schau mal, was troll da bisch. Oh, morgen ist diese Kack-Kopf-Bewerbung, ne? Nehm mal hier Steuerung. Witzig. Warte. Hast du? Ja. Was willst du? Fahr den Penis aus. Tschüss. Aber die nehmen wir nicht an, oder? Also sie? Wen? Slylar, ne. Ja, die Slylar. Ne. Dann wird sie als Kopp beworben. Nee. Also ich mein, dann gibt Kopp-Beruf echt den Arsch. Also ich glaub, dann muss ich mir das nochmal überlegen, ob ich als Kopp weiter spiel. Wer? Das ist der Grafi. Nein, der Flaschenklau, was wir gesagt haben. Der was? Der Flaschenklau? Ja, der Flaschenklau will kein Kopp mehr sein. Der ist echt gut. Muss mich nicht raushauen. Ja, der spielt jetzt überall als Rebeller. Der will mir einen eigenen Gang aufnehmen. So. Oh Gott. Wie soll das heißen? Kiddies? Frau Leif? Oder... Ika? Vor allem, wo ich Grafi gerade im Auto hatte, ne? Dann sagt er so zu mir, ja, ich weiß eh, dass ich nicht mal lange Kopp bin. Dann sag ich nur so, ja, weiß ich nicht, ich bin kein Kopp. Das ist Roleplay und so. Super. Äh, was hast du eigentlich noch zu dem gesagt, Hirschote? Den Rafi? Ja. Er meinte, ob ich ihn befördern kann. Ich mein's so, erstens, mach ich dann nicht, mach ich dann nicht, mach ich dann nicht. Und ja, ob ich ein richtig gutes Wort einlegen kann. Weil, ja, weil ich halt, ne? Cobra und so. Und ob er befördert werden kann. Und ich so, alter, nein. Er so, ja, warum denn nicht? Ich so, ja, Junge, du stehst so kurz vor einem Rauswurf. Alter, wenn ich jetzt ankomme und dem sag, die sollen dich befördern, zeigen die mir einen Vogel. Und meinte, hat er mega angefangen zu lachen. Und meinte so, ja, ja und so. Und ich so, er nehm's halt nicht ernst. Und dann hat er die Beschwerde im Forum gelesen. Irgendwann. So, und ja. Ne, dann hat er doch irgendwie gecheckt, dass ich das nicht als Spaß meinte. Was beim Salz wär? Nö. Weil kann er trotzdem mehr landen, oder? Was macht ihr hier? Dominik, bist du am Minecraft-Zaukel? Hä, nö. Nein. Nöööööö. Ihr settlete hier fängst dann nebenbei auf. Was? Wollen wir hier landen und hoffen da noch einer kommt? Dann lass mal Softwarekontrollen kommt, oder? Also bei mir sind wir- Softwarekontrollen. Woah! Darum bist du auch so am desynchen, weil du Minecraft spielst. Häh, ich hab das nicht offen. Ich hab glade nur schnell aufgemacht, hellt hover gemacht und peace defence wieder geschlossen. Hier sind Minecraft. Whatsapp Hast du jetzt Markus ein Bild von deinem Haus geschickt? Ja Richtig schnieke Schnieke? Schnieke Boys? Bester Gangname, Schnieke Boys Hier steht Nifri Ist einer drin? Habt ihr es gesehen? Ich glaube da ist keiner drin So für Außenbossen ist auch keiner Ne, da in dem Mifrit ist keiner drin Vielleicht sind hier noch andere Wo ist der Gainfried? Hier bei uns jetzt Am Berg Achso Da haben wir den Strider abgezogen Lässt doch überall den Müll rum Ja Am besten noch findet Ihr gebt nur einen Spoiler, ihr kriegt mein Mohawk Ja scheiße auf mein Mohawk Ey die alten Jungs, dass die da halt wieder wegkommen Ne Guck mal wie ich tank Ne WTF Wer willst du wieder wegkommen? Ich hab gestern Dings Ich hab gestern mit nem Hummingbird unter der Also als Fahrzeug getankt Ja Das war nicht lustig Klar war das lustig Ihr seid nur alle Pussys Seid rausgesprungen worden und dachtet weil ich explodiere Dass ich explodiere Bin jemand Ne Ah Arschloch Hier ist Salzmine Es ist doch keiner Salzmine Salzhändler Händler waren wir doch gerade Achso Salzmine war auch keiner Ich war bei Salzmine Und Salzverarbeitung? Gibt keine Verarbeitung Doch klar Ja Du kennst dich ja aus mit dem Game Ja doch Ganz oben Ich war zum Chop Chop Verkauf den Strider Ich hab die Salzgemacht Wessen Strider waren das? Keine Ahnung Äh vom Vom Loki Loki oder? Loki oder Simon glaube ich Ja Wahrscheinlich Simon Weil dem klaut man immer alles Er hat Er hat noch gesagt Bitte verkauf ihn nicht Er hat noch gesagt Bitte verkauf ihn nicht Oh Gott Wie die das Video sehen Kann mich dann Kann mich dann einen abholen da? Tot Bist tot? Oh Hä? Oh Am Apfelfeld ist ein Crossbike Pfff Was ist dein Apfel denn? Ja Agile Direkt neben Loki Da würde ich immer nach Apfel fahren The fuck Ich hab nie da irgendwo so Apfel gefahren Ich hab bis jetzt allgemein glaube ich nur einmal Apfel gefahren Auch nie Für sich bringen mehr Ich glaub das ist das allererste Mal wo ich alles live gespielt habe ich Apfel gemacht Doch ich war einmal Einen einzelnen Apfel hab ich mal verkauft Dann kann Weil ich wissen wollte Weil ich wissen wollte wie viel äh Das bringt Dann kam einer an So machst du Apfel? Für sich bringt viel mehr Ich so was? Gut hier ist auch keiner Ich war so am Chop Chop Könnt ihr mich da abholen dann? Hier dann Fliegen wir zum Apfelfelder Ja Chop Chop Warte Welcher? Versuch wir da Ich hoffe dass ich richtig fliege Oh fuck ich bin gegenüber gefahren Ich hab mehr oder weniger geflogen Oh jetzt hat der so ein Linksdreiber Schuss gesagt Der eine hat vorhin übrigens noch voll rum geholt Markus Von wegen weil ich meinte ja die Appens haben da ihre Gründe und so und hier und da Dann eher so ja so ein Scheiß und so dann spiel ich halt auf dem anderen Server weiter Wo rechts man? Muss ja wohl ne? Was? Rechts genau neben uns Gut Job Das ist nicht Aber es liegt vielleicht daran dass ich ingame hier so aktiv bin Also in Im Heli Wo brennt da was? Bist du dumm? Du brennst Da brennt nichts Doch da Bei mir brennt da was Ich fahr da mal kurz hin Um auf dem Berg Gucken was da ist Und dann fahr ich zum Chop Chop Ach da links Ja stimmt so brennt wirklich was Hä? Das ist Mohawk oder so Ja war das nicht Ach da Das ist Markus Ich wollte grad sagen Okay dann fahr ich zum Chop Chop Ja auf jeden Fall Ne Und dann meinte er so ja So ein Kack und so hat mich herum geflamed Ich so Junge was willst du jetzt von mir Aber meinte er so Ja du kannst ja nix tun Das sind die scheiß Admins Ich so ja pass mal lieber auf was du sagst Alter Und hat er gecheckt dass ich Hat er gecheckt dass er irgendwie Vielleicht jetzt die Fresse halten sollte Danke Gut Ich cancel Admin Er ist volles Arschloch ne Geist Arschloch Ja Philipp ey der schlimmste Fall Ach ey Philipp Abschuld Philipp die Philipp die Haku sehen scheiße aus Hahaha Ja Ich hab jetzt irgendwie schon 3 Gangs geschickt Dass die die Kacke da bearbeiten Aber keiner hat ihn rausgeschickt Das wird geschickt Was wer arbeitet? Die Gängercore Also den Gängercore Deine Mutter Schop schop Strider Was kriegst du für den? Für jetzt 1000 verkaufen Geil Hehehehe Ich bin ihn irgendwie mit der Schnauze abholen Hallo Guck nicht Guck nicht Guck nicht Guck nicht Der hat sich neu gewohnt Weil ihm die Fahrmisch gefahren hat Ja Junge 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 Fahr mir nicht um Fahr mir nicht um Mach mal auf hier Ah Mach doch mal auf jetzt Oh Gott Ich werde sterben Ich leg mich hin Solange wie ich drin bin Kannst du nicht einsteigen Hehehehe Okay Ich bin sicher Nein Aua Bring mich nicht um jetzt Auch Oh Gott Reifen Ich bin fast tot Läuf rum Jungen die Lache Jungen die Lache Ich kann einsteigen Ich kann einsteigen Mach ich Ah Ich hab ein fa... Nein ich bin kein falsch Hehehehe Ich bin drin Ja Loll Bist du behindert? Der Mainrotor ist fast zum Arsch Lass flieg weg Lass ihn da PICK NICHT Ja Oh Mann Pass auf das ist richtig oben Hol dich ab Alter In der Schnauze auf Oh nein Bitte nicht Bitte nicht Ich bin verkraft Falsche rausgekommen Oh oh Ich will absolut Ich mach bitte den Heli auf Ja dafür Oh Gott Ja da ist Ja bestimmt Nein Du darfst gar nicht zu gut fliegen Tut mir leid Ja Oh Gott tschüss Wir werden Miami Hehehehe Hehehe 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 Ja hatte ich vorher warte Hehehe 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 Komm mal Machen wir Backflap hier lassen Warte haben wir alle Fallschirm nie ne? Ne Doch Kann ich als Pilot rausspringen Und dann Fallschirm benutzen? Nein Du kannst ja nicht rausspringen als Pilot Echt nicht? Hehehe Ich kann mich nur absagen jetzt Bringt mir mein Heli freiwillig zurück Oder? Hehehe Kickst du den? Hehehe Hehehe Bringt mir mein Heli freiwillig zurück Aber der will nicht kicken ey Hehehe Hehehe Du weißt aber dass wenn er Wenn er dich Das jetzt klingt Das ist mega laut Dann kriegt mein Heli zurück Hehehe Hehehe Oh Gott ich komm ja wieder Hehehe 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 Oh was ein Spielverderber alter Wie er heult Hehehe Hehehe Mann 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 ey Hehehe 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 Ne ich bin der Daten angelockt Hehehe Hehehe Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Hehehe Hehehe Was? 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 Das hab ich jetzt nicht gemacht Das hab ich jetzt nicht gemacht Ja was denn? Kann er noch fliegen? Wie bitte? Oder sie? Nein alles Äh main rotor und instruments rot Aber Jetzt Hoch 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 Nein geh weg Nein 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 Oh er schießt auf mich Nein Oh oh Ich häng doch am sein Ah jetzt Ey warte mal ich kann doch noch fliegen damit Hellfire hat mich umgebracht Ne was denn hier ist Ich bin doch da Hellfire wurde vorhin und mich am Arm getötet Aber wie hast du das denn gemacht? Ne anders aus Ne ich hab dich umgebracht What the fuck Hey wie hast du denn mich umgebracht Oh Ah ne 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 quatsch 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 Nein ne ne Wurde gekrasset wurde gekrasset Ich lese von der Schaffe Ich wollte grad sagen Ich meinte ich auf dem Boden aufgequatscht Oh Mann ey Nein du hast mich nicht gekrasset Na dann Das ist so lame Verliebt Verliebt Hallo ich bin grade mit einem Mohawk Mit der Schnauze überm Boden geschliffen und wieder abgehoben Ich bin gleich für ein Bann Das war voll der Was Das waren zwei randomkills Das waren zwei randomkills Ja Hallo Ich bin gleich Das war die